Mobilfunk. Regierungen wissen über schädigende Wirkungen Bescheid. Der US-Forscher Dr. Zorach Glaser ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler, welche die Auswirkungen der Funktechnologie auf die menschliche Gesundheit untersucht haben. Er hat über Jahrzehnte 4000 Studien archiviert, die den Zusammenhang zwischen Gesundheitsproblemen und der Belastung durch Radio- und Mikrowellenfrequenzen untersuchen. Glasers Archiv liefert eindeutige Beweise dafür, dass der US-Regierung und auch anderen Regierungen die schädlichen Auswirkungen des Mobilfunks schon in den frühen 1980er Jahren bekannt waren. Seine Berichte zeigen deutlich, dass trotz anhaltender Gegenbehauptungen von Regierungen und Mobilfunklobby mehr als genug Beweise für die Schädlichkeit durch Funkstrahlung vorliegen. Trotz dieser Kenntnis sind heute jedoch weltweit ganze Bevölkerungen Strahlungswerten ausgesetzt, die nicht selten Millionen- und sogar milliardenfach höher liegen als damals. Wie verantwortungslos, ja menschenverachtend ist es eigentlich, wenn führende Politiker behaupten, es gäbe noch keine unzweifelhaften Beweise für eine Gefährlichkeit von Mobilfunk und wieder besseres Wissen die Strahlungsbelastung immer weiter erhöhen. Und wo bleiben die Leitmedien, die doch der Politik und der Industrie gründlichst auf die Finger schauen müssten, wenn sie das Prädikat Qualitätsmedien führen wollen? Und wo bleiben die Leitmedien?